Wir sind wieder unterwegs in Heidelberg. Ich stehe hier auf den Konversionsflächen Campbell Barracks und Mark Twain Village. Das Gelände ist 40 Hektar groß und gehört seit Januar 2016 der Stadt und ihren Partnern. Seither hat sich hier sehr viel getan und die Arbeiten laufen auf Hochdruck. Zum Beispiel entsteht aktuell eine Spiellandschaft, ein Nahversorgungsmarkt und immer wieder ziehen auch Wohngruppen und Initiativen ein. Um das Ganze mal genauer anzuschauen, werden wir eine kleine Rundfahrt unternehmen. Viel Spaß! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020